Hey Kumpadres und Chicas, CryptoGhost am Start und hat mal wieder wie immer ein Video zu LuckyBlockCoin parat. Was auch sonst, seit Tagen droppt der Preis von LuckyBlockCoin, obwohl ja so viel Geld für das Marketing aufgebraucht wurde. Nicht zu vergessen, dass LuckyBlockCoin beim Boxkampf Tyson Fury, der Gypsy King, gegen Dillion Wright im Boxer White gesponsert hat. Dillion hat auf jeden Fall die ein oder andere auf den Deckel bekommen und dick kassiert. Da hat LuckyBlockCoin mal auf das Falschpferd gesetzt. Lassen wir das mal so stehen, wenn ihr wissen wollt, weshalb der Preis sinkt, dann bleibt dran, zieht euch das Video bis zum Ende durch. Ihr kennt mein Geschwafel. Like, Glockenschelle, Abo und Kommi für den Algo. Wir machen weiter, aber erst kommt das Info. Kumpadres und Chicas, kommen wir zum Videoinhalt. LuckyBlockCoin. Normalerweise sollte der Preis wegen der letzten Marketingaktion ja richtig steigen, weil viele darauf aufmerksam gemacht worden sind. Hier ist die Rede vom Kampf zwischen Dillion Wright und dem Gypsy King Tyson Fury. Der Kampf fand vor 94.000 Zuschauern statt und wurde weltweit von Millionen Zuschauern verfolgt. Dillion Wright spazierte mit seinem Boxmantel in den Ring, wo ein fettes Symbol draufgeklatscht war. LuckyBlockCoin. Auch auf seinen Hintern befand sich das ein oder andere LuckyBlockCoin-Symbol. No Humor. Mir kam es vor, als würde der Gang zum Boxring viel länger gedauert haben als der Boxkampf selbst. White hat auf jeden Fall dick kassiert und wurde hops genommen. Schade aber auch, LuckyBlockCoin denkt sich wahrscheinlich jetzt auch. Hätten wir mal lieber auf Fury gesetzt. Lassen wir den Quatsch und kommen wir zum Preisabsturz. Warum fällt der Preis, obwohl diese ganzen Marketing-Hack-Mack-Aktionen stattfanden? Ja, weil White natürlich verloren hat. Nicht. Natürlich nicht deswegen. Es kann nur einen Grund geben, weil jemand dick abverkauft. Das Team hat bekannt gegeben, dass sie seit drei Tagen LuckyBlockCoin im Wert von 12.000 Dollar pro Stunde verkaufen, um die Sponsoring-Verträge zu bezahlen. Den Vertrag mit White, aber auch weitere Verträge, die im Rahmen der Marketing-Aktivitäten noch demnächst vor der Tür stehen. Um was für Marketing-Aktivitäten es sich genau handelt, werden wir erst die Tage wissen. Darüber sollten wir in naher Zukunft nochmal informiert werden. Laut dem Team hat es sich stark gelohnt und es wird auf jeden Fall stark dazu beitragen, dass die Markenbekanntheit so weit gebracht wird, dass jeder LuckyBlockCoin kennt. Und natürlich erhofft sich das Team, dass viele Investoren in das Projekt investieren. Das ist klar. Jetzt soll der automatische Verkauf ab heute 16.50 Uhr reduziert werden und man will den Verkauf von 12.000 Dollar auf 6.000 Dollar pro Stunde minimieren. Dadurch soll dann der Preisabsturz gestoppt werden. Das Team nennt dieses Ereignis Marketing-Hallowing-Wallet-Event. Dieses Ereignis bietet laut dem Team eine hervorragende Einstiegsmöglichkeit, was ich eigentlich so nicht nachvollziehen kann. Diesen Punkt verstehe ich jetzt nicht wirklich. Wenn das Team doch mehr verkauft, bietet sich ein noch günstigerer Einstiegszeitpunkt. Man weiß ja nicht, wie lange die ihre Abverkäufe durchführen wollen. Sollte man jetzt zum Beispiel einsteigen und in der kommenden Woche zum Beispiel führen die ihre Abverkäufe weiter, dann wird der Preis doch wieder droppen und dann ist doch der Einstiegszeitpunkt nächste Woche noch besser als zum Beispiel heute einzusteigen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ich verstehe das nicht wirklich, vielleicht wird ihr schlauer draus. Das Team weist zwar auch darauf hin, dass bei einem Abverkauf von 12.000 Dollar pro Stunde der Preis stärker droppt als bei 6.000 pro Stunde, was ja auch logisch ist, hier ist das Ziel, dass sich der Preis wieder stabilisieren soll. Und ab einem Verkauf von 3.000 Dollar pro Stunde gibt es minimale Auswirkungen auf die Preisdynamik und der Preis sollte sich deutlich verstärken. Leider ist es jetzt noch nicht klar, wie der Abverkauf weiterhin stattfinden soll. Ob es jetzt weiter nur noch 6.000 Dollar pro Stunde bleiben soll. Oder ob es sogar weiter nochmal um weitere 50% reduziert werden soll und auf 3.000 Dollar pro Stunde sinken soll. Oder gar im Nachhinein wieder auf 12.000 Dollar steigen soll. Dies sollte klargestellt werden. Ich sehe die Aussage als kritisch, dass es sich jetzt um einen guten Einstiegszeitpunkt handelt, wenn man nicht erwähnt, wie der Vorgang weitergeht. Was ist, wenn die Tage der Abverkauf zu 12.000 Dollar pro Stunde wieder weitergeht? Dann regen sich die Ersten schon auf, die neu investiert haben und man hört überall nur noch Shitcoin. Mit solchen Aussagen sollte man vorsichtig sein. Klar werden sie sich nicht in die Karten schauen lassen und können halt nicht preisgeben, wie der automatische Abverkauf genau stattfinden soll. Weil die ja genau davon auch profitieren wollen und den größten Batzen da rausholen wollen. Das ist klar. Das Team gibt bekannt, es würde daran arbeiten, eine optimale Einstellung für den vom Verkaufsbot eingesetzten Algorithmus zu finden. Damit er die kurzfristigen Interessen unserer Tokenholder besser mit den mittel- bis langfristigen Interessen der Tokenholder in Einklang bringt. Naja, ich würde hier noch abwarten, bevor ihr eure Bestände aufstopft. Meine Meinung, eure Entscheidung keine Anlage beraten. Auch hatte das Team darauf aufmerksam gemacht, dass durch die Verkaufsaktivitäten der Gewinn im Hauptziehungspool dramatisch erhöht worden ist. Laut dem Team soll in den nächsten 7 Wochen auch jede Woche eine Ankündigung eines weiteren Sponsoring-Deals stattfinden. Na dann hoffe ich, dass sie dieses Mal auf die richtige Pferde setzen. Mit diesen Marketingaktivitäten strebt das Team an, LuckyBlockcoin unter die Top 100 Kryptowährungen zu bringen. Das Team teilte auch mit, dass demnächst weitere Listings an zentralisierten Börsen in ein paar Wochen stattfinden werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man LuckyBlockcoin nur bei L-Bank und über PancakeSwap kaufen. Dies sollte dem Preis einen enormen Push geben, da es mehreren Leuten ermöglicht zu investieren. Du stellst in dem Moment LuckyBlockcoin für eine größere Masse zur Verfügung. Auch soll die nahestehende Einführung der Ethereum Bridge und den Beginn der Gewinnziehung Mitte Mai, zusätzlich der Fiat Unramp-Aktion, die am letzten Samstag live ging, den Preis zu einer anderen Galaxie bringen. So das Team, ob das so kommen wird, werden wir dann wohl erst in naher Zukunft sehen. Vaters und Chicas, für diejenigen, die mein letztes Video noch nicht gesehen haben, ich wollte euch darauf hinweisen, dass wir das Gewinnspiel, wovon ich jedes Mal im Video gesprochen habe, nun durchziehen. Das Gewinnspiel findet bereits statt und das Ende ist der Montag, der zweite, fünfte, 14 Uhr, deutsche Uhrzeit. Ich habe bereits ein ausführliches Video dazu gemacht, wie ihr daran teilnehmen könnt und es ist nicht wirklich viel verlangt. Schaut euch das Video gerne an, alles easy. Ich werde euch jedes Mal mitteilen, wie viele Personen mittlerweile sich für das Gewinnspiel angemeldet haben, damit ihr auch wisst, wie hoch eure Gewinnwahrscheinlichkeit ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es insgesamt 16 Personen, die sich angemeldet haben. Mir ist aber aufgefallen, dass nicht alle 16 ihre UID unter dem Video gepostet haben. Ihr müsst euch unbedingt unter dem Gewinnspielvideo mit eurer UID melden, um daran teilnehmen zu können, sonst kann ich euch nicht mit einbeziehen. Das Video mit den Bedingungen für das Gewinnspiel verlinke ich euch am Ende dieses Videos oben in die Ecke. Schaut es euch gerne nochmal an, damit ihr es auch richtig macht. Freunde, bei nur 16 Registrierten habt ihr eine sehr große Chance zu gewinnen. Der Gewinn ist 50 Stück von XRPs. Gönnt euch, ihr habt nichts zu verlieren, außer zu gewinnen und ein paar Minütchen, um euch zu registrieren. Soviel zum Gewinnspiel. Freunde, nehmt reichlich am Gewinnspiel teil und registriert euch schnell, damit ihr es nicht verpasst. So Muchachos und Amigas, das war mein Video für heute. Gebt dem Video ein Like, Kommi, mir ein Abo, Glocke, eine Nackenschelle und eine Backenpfeife. Ich freue mich schon auf das Ergebnis und bin gespannt, wie viele von euch für das Gewinnspiel sich registrieren werden. Freunde, ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Bleibt gesund und munter. Danke fürs Zuschauen. Hasta la vista, Compadres und Chicas. Ciao. Malo. Malo.